Dieses Lied ist ein sehr trauriges Lied. Alex, komm ruhig vor. Und so, oh, komm. Gut, dann bleibs jetzt. Dieses Lied ist ein sehr trauriges Lied. Und ihr habt schon die Taschentücher in der Hand. Sehr schön. Das Lied heißt Auf Wiedersehen, my dear. Und es ist damit auch eben unser Abschied. Und ich würde jetzt gerne unsere Melanchthon-Harmelists vorstellen, wenn sie denn hier wären. Kommt ihr dann mal. So langsam tun sie ein. Musiker, das dauert immer länger bei denen. Und fangen wir einfach mal beim wichtigsten Mann der Stunde an. Der Mann, der ihnen den Rücken zeigt. Der Mann, der ohne Gesicht. Aber wenigstens optionell. Unser Pianist, Mentor was auch immer gehandelt sei. Dann jetzt zu den wichtigen Personen. Wir haben hier rechts außen, von mir aus rechts, links außen von Ihnen, haben wir die wichtigste Person neben mir. Lukas Pizonka als der Baritone. Lukas Pizonka als der Baritone. In der Mitte, unser Vorrat quasi. Max Max Grunwald, Max Grunwald, Max Grunwald, der dritte Tenor. Im rechten Angriff sehen Sie Alexander, oh, noch ein Alexander, Alexander Reimann als Tenor 2. Und in der Hauptrolle, der Mann, der so hoch kommt, da hört schon unser Gehör aufzuhören. Kung Fu Dui als Tenor 1. ! Applaus Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ob du mir treu sein wirst, sollst du mir nichts sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dummen Fragen. Wenn ich den letzten Abschiedskuss, wenn ich dich neu verlassen muss, soll ich auch ein Pringer sehen. Wir haben uns gefunden, geliebt und weiß gefühlt. Es war eine schöne Stunde, die man nicht mehr verliebt. Ein Märchen, die zu Ende, weichnet eine kleine Höhe. Wenn ich den letzten Abschiedskuss, wenn ich dich neu verlassen muss, soll ich dir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Glückwunsch. Wir haben uns so heiß geliebt, unser Glück war nie geliebt. Sag ich dir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Glückwunsch. Und ob du mir treu sein wirst, sollst du mir nichts sagen. Wenn man sich wirklich sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dummen Fragen. Und ob du mir den letzten Abschiedskuss, wenn ich dich neu verlassen muss, soll ich auch ein Pringer sehen, auf Wiedersehen, Glückwunsch. Und ob du mir den letzten Abschiedskuss, wenn ich dich neu verlassen muss, soll ich dich auch ein Pringer sehen, auf Wiedersehen, Glückwunsch. Und ob du mir den letzten Abschiedskuss, wenn ich dich neu verlassen muss, soll ich dich auch ein Pringer sehen, auf Wiedersehen, Glückwunsch. Und ob du mir den letzten Abschiedskuss, wenn ich dich neu verlassen muss, soll ich dich auch ein Pringer sehen, auf Wiedersehen, Glückwunsch. Applaus 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 Vielen Dank.